Am 16.05.2019 heulten vormittags in Bibelsheim die Sirenen. Kurz darauf hielt ich von einer Gernsheimerin die Nachricht, es würde so aussehen, als ob es im Reifenlager brennen würde. Ich bin daraufhin in das Gernsheimer Industriegebiet gefahren, musste allerdings feststellen, dass es sich nicht um das Reifenlager, sondern um einen Betrieb für Wassersisternen handelt. Da hat mir jemand von der Verwandtschaft ein Bild geschickt. Und da habe ich gedacht, das Reifenlager, aber das ist ja auch Wahnsinn. Aber ihr habt alle gute Arbeit gemacht. Natürlich, ja. Gern zu einem Bibelsheim zusammen. Ja, wenn es darauf ankommt, leisten die beiden Wehren gemeinsam schon etwas Besonderes. Dank deinem Einsatz ist die Sache sofort beendet worden, oder? Jawohl, wir waren sicher an der Waage. Vor vielen Jahren hatte mir der legendäre Wehrführer Medikus bestätigt, dass eine gute Zusammenarbeit zu Bibelsheim bestand. Er war lange Jahre kameradschaftlich mit dem Bibelsheimer Wehrführerkönig verbunden. Danke für den schnellen Einsatz und Tschüss.